So, Hallihallo, da sind wir wieder. Ich mache hier einfach mal weiter. Dann gibt es eben heute zwei Videoblogs aus Dresden, ist mir doch egal. So, ich habe aus Versehen nämlich auf den Knopf gedrückt, auf meinem iPad. So, jetzt hier nochmal das Panorama, der dunkle Kulturpalast in Dresden. Aber so ein bisschen kann man das sehen, was hier los ist. Da hinten, da kommt gerade Dirk Lentschert, unser erster Trompeter. Und Uwe, Uwe, unser MD an der Posaune, übt auch schon ein bisschen. Hier ein kleiner Eindruck von der Bühne. Das sieht man natürlich, kann man nicht so toll alles erkennen, aber so ein bisschen. So, dann gehe ich mal mit euch nach oben. Schaut mal hier, das ist mein Mikrofon, man sieht es kaum. Wir gehen mal hier die Treppe hoch. Das wird total toll. So. Da ist Jürgen. Na, alles fit? Ja. Nach Tag drei? Tag drei. Unglaublich, das fühlt sich irgendwie schon an wie eine Woche, finde ich. Obwohl es erst vier Tage sind. Ja, das stimmt. Aber so ist das auf Tour. So, hier, hier, das ist ganz, ganz großartig. Die neue Keyboardburg von Mike. Da ist er. Demnächst bei Plemo. Wahnsinn. Das ist, äh, hier, alles vintage ist das Stichwort. Es gibt nicht genug Tasten. Es gibt nicht genug Tasten. Da, ein altes Fender, die alte Orgel und, boah, die Vintage-Keyboards, die alle total fantastisch klingen. Aber auch leider ihren Tribut zollen, weil Mike muss jeden Tag, er ist einmal der Erste am Set, weil er an seinen Keyboards rumschrauben muss erstmal eine Stunde. Schönes Getriebe ölen. Ja. Ich sehe viele Work. Aber, aber, aber dafür, Ingo, 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 da, Ingo. Aber dafür klingt das am Ende einfach mal wie, ähm, wie 1970, was schön ist, weil 1970 klang es gut, ne? Ja. Ihr Lieben, ähm, alles Gute. Heute, unglaublicher Luxus, zwei, zwei Pods, äh, Video-Blogs meine ich. Pods, was wollte ich denn? Podcast wollte ich sagen, aber ist totaler Unsinn. So, ähm, ich mache jetzt mal Stopp, diesmal gewollt und, ähm, demnächst wieder mehr auf diesem Sender. Tschüss.